Ja, wir müssen einfach auch viel mehr an uns Natur denken, an unsere Kinder, an die Enkel, dass wir da noch was hinterlassen und das Thema wird viel, viel wichtiger und es ist ja ein wahnsinniger Drive auch in der ganzen Sache drin. Und wir sind DGNB-Mitglied, weil wir auch hier unseren Beitrag leisten wollen, auch gerne was geben wollen und natürlich auch Input, um einfach hier auch besser zu werden.